Hallo und herzlich willkommen auf EWU2KTV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WW2K19, dem Community Universe, dem EWU-Verse. Wie jeden Tag um 15 Uhr geht es heute auch mal wieder weiter. Wir haben heute die letzten Wochen-Shows vorm nächsten Pay-Per-View. Morgen seht ihr dann Survivor Series, wo natürlich alle Roster gegeneinander antreten werden. Ich habe auf jeden Fall schon mal richtig Bock drauf und ja, wo wir auch nochmal beim Thema sind. Wie jeden Tag der Hinweis, wenn ihr Interesse habt an diesem Community-Projekt mit eurem eigenem erstellten Wrestler mitzumachen, dann schaut euch mal das Video in der Videobeschreibung an. Dort findet ihr nämlich alle Teilnahmenbedingungen, die euer Wrestler erfüllen muss, um dann hier für dieses Projekt zugelassen zu werden. Und ja, wenn ihr den Charakter dann hochgeladen habt, dann schaut am besten auf meinem Discord-Server vorbei. Der Link dazu in der Videobeschreibung, wo auch meine ganzen weiteren Social-Media-Konsern verlinkt sind. Auf jeden Fall habt ihr dann auf dem Discord-Server drei verschiedene Channel. Einmal den Channel-Prüfungsverfahren, einmal den Channel angenommen und abgelehnt und dort seht ihr dann, wie der Status um euren Wrestler derzeit ist. Ich würde aber sagen, wir stürzen uns dann jetzt mal in die Show. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und dann lasst uns mal krachen. So, wir haben Bobby Lashley, eben dann von Dio Rush gegen Ricardo Belisca Jr., da holt sich Ricardo Belisca Jr. den Sieg. Dann haben wir hier die Black Spades-Treffen auf das B-Team und es holen sich mal wieder die Black Spades den Sieg. Dann haben wir die EWO, trifft auf Ryan und Heath Slater, es holt sich die EWO mal wieder den Sieg. Seth Rohns und Drew McIntyre, die zwei Rivalen gegen AOP. Wie viele Tag Team-Matches sind denn heute hier? Auf jeden Fall gewinnen die beiden. Dann noch Kim Medaro gegen Finn Balor, da holt sich Finn Balor den Sieg. Oh mein Gott, Kim Medaro hat sich verloren, das realisiere ich jetzt erst. Dann Delta trifft auf den K-Dog, es holt sich Delta den Sieg. BDG gegen Jack White im Main Event, unsere zwei Rivalen, da holt sich BDG den Sieg. So, gucken wir in die News rein, da haben wir Jack White, hatte genug von seinem Rivalen, ließ seiner geballten Frustration und Wut beim wilden Angriff auf BDG freien Lauf. Dieser Superstar bewies mit dieser Racheaktion Durchhaltevermögen und Mut. Die Feindseligkeit zwischen den Gegnern drohte nach einem aggressiven Wortwechsel zwischen ihnen überzukochen. Drew McIntyre versuchte seinem Rivalen eine Kostprobe seiner eigenen Medizin zu verabreichen, indem er ihn im Tag-Match überrumpelte. Aber Seth Rollins revanchiert sich mit einem Angriff und ließ ihn dann alleine im Ring stehen. Qualitäten haben wir immer noch hier. Eine Woche, Jack White gegen BDG. Ich würde mal, ja, keine Ahnung, ich weiß eigentlich nicht, wie wir diese Rivalität hier beurteilen sollen, so kurz wie die ging. Haben wir denn hier noch Drew McIntyre gegen Seth Rollins, geht ebenfalls noch eine Woche. Müssen wir mal schauen, vielleicht hängen wir dann nochmal irgendwie selbst was dran, hier bei BDG gegen Jack White, weil das ist einfach echt viel zu wenig. BDG auf jeden Fall an Jack White vorbei, Bobby Lashley, Brock Lesnar sind abgestürzt, Drew McIntyre, was? Warum? Lächerlich, ich bin letzter. Da gewinne ich die Matches und bei mir passiert gar nichts, ich bin auf den letzten Platz angekommen. So, Bobby Root und Chad Gale sind tatsächlich an AOP und Heath Slater und Rhino vorbei, das ist auch mal auf jeden Fall eine interessante Sache. Dann gehen wir jetzt mal zu SmackDown und gucken, was wir heute beim blauen Brand so an Matches zu sehen bekommen. Smack Alive geht los mit Randy Orton gegen den Death Psycho, da holt sich Death Psycho den Sieg. Dann haben wir R-Truth gegen Simone Omega, da holt sich Simone Omega den Sieg. Michael Adams trifft auf David Cole, da holt sich Michael Adams den Sieg. Und ein Triple Threadmate zwischen Jordan Pigeot, Stormy und dem Urban Gladiator. Ich würde sagen, das gucken wir uns heute mal an, da sind eine Menge Abonnenten dabei. Schwung schnell, Einzug ein, los geht's. So, dann schauen wir mal, was wir heute für ein Match zu sehen bekommen, was wir erwarten können. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Weil es ist glaube ich immer drei Leute, die wir selten sehen. Warum lädt das eigentlich so lange gerade? Fragen über Fragen, die Antwort kennt nur der Wind. Ah, jetzt geht's los. War wahrscheinlich noch nicht bereit hier der Jordan Pigeot. Der muss noch ein bisschen warten. So, da ist er am Abfeiern. Und in bester Noé-José-Manier. Noé, José, Jordan, Pigeot, Jordan, Pigeot, Jordan, Pigeot, Jordan, Pigeot. Ich singe jetzt nur, weil er hat das Lied von Noé-José und das Ganze war ein bisschen zu verbessern hier. So, er ist gut drauf. Und schauen wir mal, wie er das in seinem Match, den haben wir lange nicht mehr gesehen, Jordan Pigeot, glaube ich. Wie er das in seinem Match umsetzen kann. Mit welcher Leistung. Lässt er sich nochmal feiern. Dann würde ich sagen, warten wir mal auf den Gegner von ihm oder einen der Gegner. Und da kommt jemand mit dem Titan-José von Finn Balor. Der Musik von Alistair Black, wie es so gefühlt jeder zweite bis dritte hat. In 2K19. Sieht schon kommen, in 2K20 habt bestimmt jeder von euch Tomejo Chumper. No one will survive. Und da kommt der Stormy. Der Mann mit Macho-Man-Optik. Herkunfts-Chat. Also wenn wir so die Körperproportionen sehen, sollte eigentlich der Stormy Favorit sein. Weil der Urban Gladiator ist, glaube ich, auch ein bisschen kräftiger. Also könnte es vielleicht doch noch gar nicht so klar sein, wer in diesem Match hier gewinnt. Weil ich meine, Jordan Pigeot ist ja jetzt auch kein Milch-Bubi. Sieht auch schon ein bisschen stärker aus. So, Stormy auf jeden Fall fast da. Guckt uns von den Endpoints komplett an. Schauen wir mal, ob er an einem Schweben ist, wie gestern Bobby Lashley. Der ja irgendwie so gefühlt, wie hoch wird das sein? Ein Meter. Wo er den Meter in der Luft geschwebt ist. Ach, der hat hier was von Sanity als Einzug. Ey, diese Haare, das können doch so Pumuckl sein. Wenn er die rot hätte. Und dann ein gelbes Shirt und eine grüne Hose. Das wäre doch mal was, oder? Jetzt habe ich schon eine Idee, was ich mir hier erstelle. Ich wurde gerade inspiriert durch Stormy. Mein neuer Cruiserweight von 0815 Live. Auf dem Kanal von Knights of Gaming. Wenn ihr dort mitmachen wollt, 0815 Live quasi mein Partnerprojekt. Auf Knights of Gaming, da ich nämlich kein Cruiserweight-verse machen kann. Gibt es das auf Knights of Gaming, was der gute alte Hergi quasi managt. Ich werde mich mit Pumuckl jetzt hochladen. Aber ich werde ihn Boom-Muckl nennen. Oder Boom-Muckl. Werde mich scherzen. B-O-O-M. Oder Puh-Schnuckel. So, da kommt der Urban Gladiator, der Mann mit dem Ritterhelm. Von Dresden, Germany. Der Urban Gladiator, der Urban Gladiator, Aaron Harrington. Aaron Harrington. Jetzt wissen wir nochmal, wie er heißt. Ich habe immer der Urban Gladiator gesagt. Aber es ist Aaron Harrington. Was ich noch sagen muss, ich finde, zu diesem Ritterhelm, also, gut, er ist jetzt schon ein bisschen länger. Aber ich finde, dieser Ritterhelm passt 0 zu der Jacke und 0 zu den anderen Klamotten. Du hättest hier echt so ein geiles Ritter-Gimmick machen sollen. Da hat vielleicht irgendwie so eine Musik, die dazu passt. Warum gibt es keinen richtig coolen Ritter im Emoverse? Es wird immer gefragt, was es noch nicht gibt. Hier so ein Ritter, ein Feuerwehrmann, ein Polizist, ein Doktor, ein Müllmann. Einfach die ganzen alten Gimmicks von früher. Einen Clown haben wir ja. Vielleicht einen Zirkusdirektor. Wäre denn noch möglich? Einen Influencer. So, dann legen wir mal los hier mit dem Match. Also der Kleinst auf jeden Fall Jordan Pijon, der fängt sich jetzt direkt mal eine von Stormy. Oh, der arme Jordan, der wird hier umgehauen. So, jetzt Irving Ladiator gegen Stormy. Jetzt ein Headbird. Na, kriegt einfach mal bei dir umgehauen, der der Jordan Pijon. Und dieser Closeline. Oh, da wollte er die Closeline zeigen, rennt jetzt mal genau in den Rockbottom rein. Ist jetzt erstmal eliminiert, aber da gibt es auch wieder... Den Reverse von Stormy. Aber Jordan Pijon hat gerade ganz guter Kontrolle. Pinfallversuch. Kick-out bei 1. Das reicht dann mal noch lange nicht. Ach, da soll ich Backpfeife kommen. Jetzt geht es erstmal raus für Irving Ladiator. Und Stormy steigt aus dem Oberste Seil. Und jetzt bin ich mal, ob Jordan Pijon den runterhaut. Nee, der geht jetzt selber raus und trifft ihn da. Oder ist der jetzt durch den Klammergriff von Jordan Pijon da und weiß es nicht. Jetzt einmal gegen den Ringpfosten. Ausziehen gibt es ja logischerweise nicht bei Triple Threat. Jetzt setzt Jordan Pijon mit dem Neckbreaker gegen den Urban Gladiator. Das ist noch nicht das Matchende. Ich habe angefangen, dass schon das Matchende ist, aber da ist der Jordan wieder da. Der rennt mit seiner Kloser in den Armen Irving Ladiator vorbei. Stattdessen darf jetzt mal in die Ringecke oben links. Und das ging schief. Wieder der Reversal. Und Codebreaker von Jordan Pijon gegen den Stormy. Ist das die Entscheidung? Urban Gladiator kann ja gar nichts machen. Und doch. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass der dann so schnell da ist. Und Stormy hier wahrscheinlich rettet. Und jetzt Armbar gegen den Jordan Pijon. Keine Aufgabe. Was ist Jordan Pijon? Kommt auch wieder zu sich. Ich will unterbrechen, aber ich hau es nicht hin. Slow sein geht schief. Sieh mich das hin und her in dem Match. Oh, Rockbottom geht schief. Reversal von Jordan Pijon. Und ja, da ist der Stormy anscheinend zu schwer. Die Reversal von Gladiator. Pinfall. Das war Rockbrett. Ja, und jetzt rollen sich. Nee, rollt auch noch der Stormy so halbwegs raus. Was macht denn Stormy da? Das war jetzt blöd. Der Reversal. Und German Sublette, aber auch das ist Rollbreak. Ja, auch das ist wieder Rollbreak. So gefühlt jede Pin-Kombo. Aus dem Finisher oder so. Und das könnte auch Rollbreak sein. Ja. So, Simone Drop. So, jetzt schauen wir mal. Was geht denn mit Jordan Pijon? Der verpasst dem Ringrichter eine Closeline. Und Attitude Adjustment. Und noch einer gegen den Stormy. Jetzt hat der Ringrichter Zeit, sich zu regenerieren. Und jetzt hat der Finisher kommen. Und der geht schief. Ich glaube, das war's für den Ringrichter. Der steht nur wieder auf. Platz, wo du mal in Urban Gladiator. So, jetzt will er sein Comeback wohl zeigen. Schauen wir mal, ob es dazu kommt. So wirst du wieder. Und Backbreaker. Und jetzt will Jordan Pijon sein Comeback zeigen. Und er nimmt sich dafür den Urban Gladiator. So, Stormy wird's cleverer gewesen. Und da, da kommt der Reversal. Match bleibt offen. Und Stormy jetzt mit der Powerbomb Into The Boston Trap, so wie es aussieht. 1, 2, und da kommt er noch mal raus. Und jetzt gibt's den Boston Trap. Gibt er jetzt auf. Der Urban Gladiator. Ne. Das war's noch nicht. So, German Suplex Pin gegen den Stormy. 1, 2, und das war's auch noch nicht. Da wär Jordan Pijon zu spät gekommen. Jetzt schnappt der sich hier mit dem Neckbreaker den Urban Gladiator. Aber da ist wieder der Reversal. Wo springt er hin? Loser gegen Urban Gladiator jetzt. Und Codebreaker gegen Stormy. Ich glaub, das war's. Jordan Pijon wird gewinnen. Da lege ich mich fest. 1, 2, Glückwunsch an den Jordan Pijon. Der hat den Stormy gepinnt. Urban Gladiator hängt erschöpft in der Ringecke. Konnte da am Ende nicht mehr eingreifen nach der Clothesline. Und Jordan Pijon. Jordan Pijon. Setzt sich hier tatsächlich dann als Sieger durch. Ich war gespannt, wie sein Weg so weitergeht. Im Ranking ist er eigentlich schon relativ weit oben. In Reichweite zum Ersttitel. Dann gucken wir uns mal an, wie er sich hier feiern lässt. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal zum weiteren Teil von der heutigen Folge. So, wir haben noch Ace Mountain gegen The Mist. Da holt sich keiner den Sieg. Da gab's wohl die Attacke von der Black Invasion. Und die hat auch noch ein Match gegen die Usos. Werden von Becky Lynch begleitet. Es holen sich die Black Invasion den Sieg. Und JCC Styles gegen El Rancor im Main Event. Da holt sich JCC Styles den Sieg. Was haben wir in den News drin stehen? Zwei Sachen noch. Bevor die Glocke ertönte, stürzte sich JCC Styles direkt auf El Rancor und prügelte in der Ecke auf ihn ein. Bis es dem Ringrichter gelang, ihn aufzuhalten. Das Match konnte fortgesetzt werden. Aber aufgrund dieser aggressiven Aktion war der Schaden bereits geschehen. Der Angriff von Ace Mountain auf Iceman kurz vor dem Match erinnert uns alle erneut an die Feindseligkeit zwischen den beiden Rivalen. Für diesen Superstar ist die Rivalität eindeutig nicht auf eine Frage des Stolz. Er will einen klaren Sieg und seinen Gegner dabei leiden lassen. So, was haben wir denn hier? Noch drei Wochen Styles gegen Rancor. Eine Woche Orton gegen DevPsycho. Und eine Woche Iceman gegen Ace Mountain. Championship Rankings. Da ist tatsächlich nichts passiert im Main Ranking. Schellen Benjamin ist an Art Truth vorbei. Aber ansonsten konnte nicht mal der Jordan Pigeot hier trotz seinen Sieg im Triple Threat Match. Konnte auch keine Plätze übernehmen. Die Hardy Boys sind in den Usos vorbei. Tatsächlich passiert momentan ein bisschen was bei den Tag Team Rankings. Ich bin ja hellauf begeistert. Geh doch mal zu WC-Mann der Nitro rüber. Wir legen los mit Prince gegen Glorious Nicky. Die zwei, die sich sehr ähnlich sehen. Da holt sich Prince den Sieg. Die Coulons treffen auf Ascension. Hier holt sich Ascension den Sieg. Bob trifft auf Sinkara. Da holt sich Bob den Sieg. EC3 gegen den Demon Ace. Es holt sich mal wieder EC3 den Sieg. Douglas Ray gegen Big Magic. Kaliso und Shinsuke Nakamura. Es holt sich hier Big Magic den Sieg. Rey Mysterio gegen den Killer Gamer. Da holt sich Rey Mysterio den Sieg. Und im Main Event sehen wir es The Mauer Joe. X-Will Jewel in den Big Show. Und da holt sich The Mauer Joe den Sieg. So, dann gehen wir mal wieder in die News. Auch da haben wir nichts. Weil momentan gibt es halt keine Rivalitäten. Bei WCW will wohl keiner. So, hier die Rankings. Shinsuke Nakamura ist an Killer Gamer und Glorious Nicky vorbei. Ascension sind an Heavy Machinery vorbei. In Prezango an den Coulons. Latino World Order chillt ihre Base auf dem letzten Platz. Dann werden wir hier fertig und gehen zu All Elite Wrestling rüber. Und wir springen direkt mal hier in das Auftaktmatch deutlichen Folge rein. Jacob Cass trifft heute auf den Jordan. Auch die beiden sind jetzt schon ein paar Tage nicht mehr gezeigt worden. Dann schauen wir mal, wer sich hier durchsetzen kann. Und mal wieder in der All Elite Wrestling Arena. Und der Erste, der zum Ring kommt, ist der Jacob Cass mit Ascar. Wobei mir gerade einen fällt, wenn ich hier Ascar sehe. Den haben wir doch vor kurzem erst gesehen. Aber ist halt auch schon wieder ein bisschen her. Also von daher, sollte das ja genehm sein. So viele Abonnenten haben wir auch gar nicht hier in All Elite Wrestling. Da werden wir aber dran arbeiten hier für Staffel... Für Staffel 4. Ist ja auch nicht mehr so lange. Ich glaube, die Elfte haben uns ungefähr geschafft von Staffel 3. So, Jacob Cass angekommen. Hier gibt es dann jetzt mal in den Ring. Lässt ihr erstmal feiern. Der Mann mit den Ninja-Schwertern. So, und jetzt wird es blau. Und da ist er der Mann mit der türkisen Jacke. Und dem Lied von Sharon Benjamin. Der zelebriert das Ganze wieder. Boah, ich muss mir was zu trinken einschütten. Mir geht es halt echt nicht gut. Irgendwie, ich weiß nicht, ob ich krank werde. Oder ob das an dem Wetter liegt. Ich merke auf jeden Fall, ich habe richtig Schnupfen wieder. Wie ist das bei euch? Seid ihr auch Allergiker oder so? Ich habe jetzt echt seit zwei Tagen das Gefühl... Mit mir geht es so ein bisschen wieder zu Ende. Die Anfangszeit im Frühling ist für mich immer so schlimm. Da gehe ich auch am liebsten gar nicht raus. Aber dadurch, dass ich halt den Hund habe, bin ich irgendwie auch dazu gezwungen rauszugehen. Aber es sind halt nicht so diese Mega-Runden, weil ich sonst glaube, dass ich wahrscheinlich sonst ersticken würde. Keine Ahnung. Und das ist jetzt wirklich kein Joke. Also Heuschnupfen ist bei mir richtig extrem. Ich habe Tabletten dagegen. Aber ich glaube, die sind schon vorletztes Jahr abgelaufen gewesen. Wenn wir trotzdem mal neu holen. Augen brennen total. Schon heftig. Weil als Kind hatte ich das noch schlimmer. Mittlerweile hätte ich das Ganze ja in Grenzen. Ich hatte wirklich als Kind... Da hatte ich richtig Ausschlag hier an den Armen. Das hat sich richtig komplett hier so an den Unterarm so nach oben gezogen. So an der Innenseite. Und ging dann teilweise wirklich so bis zum Auge, dass man da richtig dann den Ausschlag gesehen hat. Richtig heftig. Geschichten aus meinem Leben. So, das Match beginnt. Ich warte ja immer noch auf die Fäden hier. Das kann ich auch mal wieder ansprechen. Und zwar... Habe ich es ja auf Discord gesagt. Also jeder, der eine Fäde möchte, muss auf dem Discord-Server sein. Und dort das quasi im dafür vorgesehenen Channel besprechen. Sich einen Fädenpartner suchen. Und dann müssen wir beide, die diese Rivalität wollen, die müssen mir dann eine Privatnachricht im Discord schreiben, damit ich dann die Fäde einstelle. Damit ich weiß, dass das auch von beiden genehmigt ist. So, Dropkick. Ja, Cass macht das ganz momentan etwas besser. Pinfallversuch. Aber direkt der Kickerort. Das ist das. Das ist das. Too schnell. Das war's. Das war's für heute. hat hier gerade nicht so viel zu melden im Match. Alles unter der Kontrolle von Jakob Kess. Jetzt kommt er aber langsam mal zurück. HeadBot gegen Jakob Kess. Was ist er jetzt vor? Wollte er ihn schon sein? Was ist er jetzt vor? Wollte er ihn schon sein? Was ist er jetzt vor? Wollte er ihn schon sein? Das war sein Finisher her. Ganz gezeigt. Oh, da trifft er ihn ganz, ganz knapp. Das war sein Signature. Das war sein Finisher. Aber das könnte tatsächlich jetzt das Ende des Matches sein. Pinfall. 1, 2. Ja, da ist wahrscheinlich der Widerstand gewesen. Hier darf es nur was so sein. Ja, jetzt hat hier der Jordan so lange sein, die Kontrolle übernommen. Kommt da angesprungen, weil das geht schief. Und wieder der Reversal. Aber jetzt guckt er auf die Uhr. So, das gibt wahrscheinlich wieder diesen Sami Zane DDT. Mit dem Sprung durch die Seile. Und die Fans chatten, this is awesome. Wo springt er denn hin? Alles klar. Und das könnte, ne, das recht ist doch nicht. Jetzt wird es das Comeback geben, oder? Ja. Hatte ich mal ganz schön feiern lassen. Jetzt hier ein Jacob Cass dafür. Sling Blade. Und Reversal. Das bringt natürlich jetzt ein paar Probleme. Und ein paar Schwierigkeiten drin. Jacob Cass. So, da ist die Platzwunde. Und Cass dreht auf. Aber Dropkick geht ins Leere. So, jetzt soll der Finisher kommen von Cass. Ich bin gespannt, ob der jetzt durchgeht. Yo. Da kommt der vorlieg Flatliner. Pinfall. 1, 2. Kickout von Jordan. Der echt schon richtig schwer mitgenommen aussieht. Und wieder der Reverse von ihm. Oh, und jetzt gibt es den Ankle Lock. Ne, doch nicht. Das hier, so ein umgedrehter Figure for Leg Lock ist das, ne? Das ist keine Aufgabe. Der Pinfall. 1, 2, Kickout. Zwei gute Matches, die wir bis jetzt heute je gesehen haben. Gutes Gameplay. Closer in die Ringecke. So, da gibt es den Leg Drop auf das Seil. Und jetzt winkt er, dass er aufstehen soll. So, der Bronco Buster geht schief. Und jetzt steigt Jordan auch das oberste Seil. Elbow Drop geht auch schief. Das muss jetzt sein. Oh mein. Oh mein. Oh,哎ja, er ist yellow. Uuh, oh. Uuh oh. Oh yeah. So, haben wir jetzt hier eine Entscheidung. könnte tatsächlich sein dass das jetzt war 12 noch mal der kick out von jacob es gibt es ja gar nicht er von von jordan aber jetzt soll der finisher kommen wenn er durchgeht dann war es das der nächste vorlieg flatliner pinfall 123 jacob es setzt sich in diesem match durch das hat doch definitiv mal spaß gemacht gutes gameplay was wir gesehen haben wir schon fast paper wie würdig das war ich meine leistung warum ich auf jeden fall was trinken das hat richtig schön na gut dann gucken wir mal welche auswirken dass die im ranking gleich auf sich hat aber vorher gucken uns natürlich noch an was wir sonst noch für matches haben weil das war ja quasi heute der opener von all lead wrestling und dann schauen wir mal was hier heute sonst noch so passiert so da haben wir noch michael masters gegen den gold us da holt sich michael masters in sieg dann matt jackson trifft auf scott dawson im begleiten von den tagteam partner holt sich matt jackson in sieg ty dillinger gegen el mistero luchador el mistero luchador gewinnt rusev trifft mal wieder auf steve raymond da holt sich rusev den sieg lj styles gegen dolf silker und cody rhodes da holt sich lj styles den sieg kenny omega gegen el gegen chris jericho und kevin owens im main event es holt sich kenny omega den sieg so was haben wir in den news denn drin stehen el mistero luchador besiegte seinen gegner und reizte tie dillinger so sehr dass dieser ihn von hinten angriff während er feierte der sieger sah den angriff kommen nutze ihn zu einem eigenen konter was den flehrer weiter blamierte nachdem ihn aus dem ring geworfen hatte nach der niederlage im heutigen match diskutierten dawson und wilder darüber wer daran schuld war werden die superstars ihre meinungsverschiedenheiten beilegen und wieder gemeinsam gegen ihre wahlen antreten können oder man die realitäten rein was wir da haben eine woche luchador gegen den dillinger und sechs wochen revival gegen die young bucks championship ranking selbstverständlich auch deutschiger ist an uns vorbei steve raymond an cody rhodes sondern jacob kass ist an elben wolf vorbei ansonsten hier keine weiteren veränderungen genauso wenig wie bei der tagteam szene dann gehen wir mal zu nxt rüber und schauen was da jetzt so passiert so dann haben wir die big ending gegen crazy virgil und nike striker es holt sich hier crazy virgil den sieg bobby fisch und kyle reilly gegen henson und roe es holen sich unisputed error den sieg johnny gargano trifft auf den x-king tobias da holt sich x-king tobias den sieg shana basler carrie sain kendis lorraine line matches holt sich carrie sain den sieg predator trifft auf roderick strong da holt sich predator den sieg länder trifft auf ark enemy das holt sich lennart den sieg und im main event dave weder gegen elmar jetzt holt sich el maestro den sieg so news da haben wir elriksen hing beim ring herum behauptet er wollte seinen rivalen ausspähen dass das nur ein vorwand war viel auf als er lennart während des kampfes ablenkend seinem gegner ermöglichte von ihnen zuzuschlagen er hat bei diesem psychospielchen die oberhand über seinen rivalen manipulierten frustriert ihn wie es ihm gefällt rivalitäten eine einzige zwei wochen ricksen noch gegen lennart championship ranking selbstverständlich auch wieder reingucken ricksen ist dann strong vorbei predator nike striker virgil an just jacob gabriel leonard an big ending ansonsten x king tobias an ono und scott stone und ja das war es dann hier mit dem ranking bei den frauen nichts passiert genauso wenig wie bei den tagteam gürteln und der titel ist irgendwie noch vakant ah ich weiß auch warum weil only lorken ist ja nicht mehr bei nxt der ist jetzt bei tor5 live und deswegen ist der titel jetzt derzeit vakant das wird auf jeden fall bei einem der nächsten paper wird dann wieder ausgelost wäre dann quasi der titelträger jetzt gehen wir zum abschluss zum main event haben wir dann nick bro gegen douglas ray es holt sich nick bro den sieg prince gegen jordan peijot da holt sich jordan peijot den sieg killer gamer gegen simon omega es holt sich killer gamer den sieg kevin miller ricardo balesco jr und kin medaro es holt sich hier kevin miller den sieg el mistero luchador gegen big magic in devil of joker und den dev psycho da holt sich big magic den sieg ein einzel match zwischen dem ice mann und x3 julian es holt sich der ice mann den sieg und el ranco trifft auf el maestro holt sich die el ranco den sieg ja und dann würde ich sagen sind am ende der heutigen folge angekommen wenn es euch gefallen hat dann lasst dem video doch mal wieder einen daumen nach oben da schreibt gerne wieder in die kommentare was ihr gut fandet was ihr schlecht fandet joint auch gerne meinem discord server der link dazu in der video beschreiben wo auch meine social media accounts der links in facebook twitter instagram snapchat und der link zu meinem twitch kanal über jedes follow würde ich mich von euch natürlich freuen ansonsten natürlich auch gerne meinem youtube kanal ein abo hinterlassen wenn ihr interesse an ww2k19 habt solltet ihr genau richtig sein denn ich habe noch jede menge frühere projekte zum beispiel den showcase modus habe ich gespielt die karriere habe ich gespielt also alles auf meinem kanal zu finden auch ein bisschen fifa etc also gerne ein abo da lassen wir eine coole aktion von euch wenn ihr teil meiner community werden wir diesen weg gemeinsam bestreiten werden ich bin dann jetzt auf dieser an dieser stelle raus wünsche euch allen noch einen schönen tag noch mal vielen vielen dank fürs reinschalten ihr seht jetzt am ende wieder die letzten donater und ja vielen vielen dank auch an alle die mich hier auf diesem weg supporten freut mich auf jeden fall und ja dann wünsche ich euch jetzt mal einen schönen tag lasst euch gut gehen bis zum nächsten video macht's gut und ciao bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung. BR 2018